Einen schönen guten Tag, wir sind bei Montag, 8. November 2021, Sonne im Skorpion. Der Mond ist bis ungefähr kurz nach 2 Uhr morgens im Schützen, dann wechselt er in den Steinbock. Das bedeutet weiterhin diese Energie des Skorpions, der Tiefgründigkeit, auch der Sensitivität natürlich, dabei das Pflichtbewusstsein und die Routine im Mond durch den Steinbock. Pragmatismus kann nicht schaden, im Gefühlsbereich lässt es vielleicht das ein oder andere vermissen. Ansonsten, wie gesagt, heute relativ ruhig, macht was Schönes daraus und wir schauen uns das jetzt in den Karten an. Einen schönen guten Tag, mein lieber Widder. Heute haben wir Sonne im Skorpion, Mond im Steinbock, da geht es mir um Routine. Ja, schauen wir uns an, was wir heute für den Widder am Montag, den 8. November 2021 so haben. Wie sieht es aus? Sechste Erde, ausgewogenes Geben und Nehmen, das ist gut. Keiner wird übervorteilt. Sieben der Kelche, hohe Erwartungen, vorsichtig damit, können auch natürlich Möglichkeiten sein, die du auslotest, gefühlsmäßig, aber du solltest dich für eine Sache entscheiden. Zwei des Feuers, zwei der Stäbe bedeutet, du hast eine Tendenz, aber die Entscheidung fällt halt noch ein bisschen schwer. Es geht darum, fair zu bleiben. Die Energie der Gerechtigkeit, vage Energie bedeutet, Harmonie herstellen. Also, wenn du dir anschaust, dass alle fair behandelt werden, inklusive dir selbst, dann sollte die Entscheidung leichter fallen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Stier. Wir sind beim Montag, 8. November 2021. Sonne im Skorpion, Mond im Steinbock. Da geht es nach Routine, denke ich mal. Also, alles nach Plan. Sich nicht reizen lassen, auch nicht, ja, schauen wir mal. Schauen wir erst mal, was wir haben für den Stier. Drei der Erde, Teamplay. Wir arbeiten zusammen. Das ist gut. König der Erde, du bist so richtig in deinem Element. Das ist schön. Und der Mond. Einfach ungute Gefühle kommen auf. Ja, was hat dich schon lange gestört? Oder wo bist du dabei, dass du sagst, ich möchte das unbedingt ändern? Ja, aber wie gesagt, du brauchst Geduld dafür. Du brauchst wirklich Geduld. Die haben wir auch hier mit dir selbst, der Situation und natürlich mit deinen Mitmenschen. Das bekommst du hin. Und ich denke, du hast ja schon einiges erreicht, fühlst dich wohl in deiner Haut, auch wenn du, wie gesagt, ein paar ungute Gefühle hast. Aber verlass dich auf deine Intuition und natürlich ein bisschen geduldig sein. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein schönen Tag, meine lieben Zwillinge. Wir sind heute beim Montag, dem 8. November 2021. Schauen wir uns an, bei Sonne im Skorpion und Mond im Steinburg. Da geht es mir so nach Routine, nach dem Alltäglichen. Was haben wir für die Zwillinge heute? König der Luft. Dein Element. Klarheit und Wahrheit. Kann jemand sein, der dir Dinge mitteilt. Erkenntnisse. Vielleicht bist du auch gerade heraus. Sagen wir mal, da solltest du aber 8 geben. Wir haben die 10. Erde. Stabilität und Sicherheit. Da ist die Erdenergie. Wir haben ja heute viel Erdenergie. Also du bist stabil und sicher. 7. Erde heißt, du kümmerst dich auch um die Details. Das ist sehr, sehr gut. Das bringt dich auf jeden Fall weiter. Und mit der 6. Erde kannst du für Harmonie und Ausgewogenheit sorgen. Wenn du, sagen wir mal, verbal jetzt nicht zu krass rüberkommst, also dich da so ein bisschen zurückhältst, sollte das kein Problem sein, dann passt das. Dann kümmerst du dich um die Details, stürzt dich in deine Arbeit und dann wird das alles auch heute in pragmatischer Energie gut vorangehen. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Krebs. Wir sind heute beim Montag, dem 8. November 2021. Wir wollen uns anschauen, was wir mit der Energie der Skorpionsonne und natürlich dem Steinbockmond für den Krebs heute haben. Also ich denke mal, du fühlst dich soweit ganz gut. Nur vielleicht die Routine, das Alltägliche. Schauen wir uns das mal an. Wir haben die 9 der Erde. 9 der Erde, Pragmatismus natürlich, kurz vor dem Durchbruch, denn das wäre die 10. Es ist sich um sich selbst kümmern, um das eigene Individuum unabhängig von anderen und natürlich Stück für Stück langsam machen. Königin des Feuers ist die Energie des Optimismus, der positiven Energie, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, sich zu kümmern, kameradschaftlich unterwegs zu sein. Wir haben die 7 der Luft. Die 7 der Luft kann bedeuten, dass etwas nicht erkannt wird, dass du etwas nicht weißt. Das muss nichts Schlimmes sein. Wir haben auf jeden Fall hier ein paar Dinge, die im Verborgenen sind. 7 der Schwerter ist immer die sogenannte Diebstahlkarte. Etwas ist nicht vorhanden oder wird verdeckt, wird nicht klar ausgedrückt oder spielt sich im Hintergrund ab. Das kann natürlich auch Lüge sein. Es kann auch Intrige sein. Es kann auch schlechtes Gerede sein. Wir haben die 9 der Stäbe. Du musst aufpassen mit den 9 der Stäbe, dass du dich nicht verausgabst, denn es bedeutet, dass möglicherweise jemand deinen guten Glauben, deine Arbeitskraft oder eben dein Engagement in irgendeiner Form ausnutzen könnte und dass du da zu viel Energie hineinbringst, die sich aber nicht auszahlt. Also sei dir bewusst, dass du entscheidest, wie du damit umgehst. Wenn du gewisse Dinge nicht weißt, ist das nicht schlimm, aber du musst jetzt nicht versuchen, da unbedingt hinter die Kulissen zu blicken. Andersrum könnte man auch sagen, lass dich nicht ausnutzen von anderen und vor allen Dingen versuche deine Energien vernünftig einzuteilen. Kameradschaft, Zusammenhalt, Optimismus ist gut, aber lass dich nicht vor irgendeinen Karren spannen. Das ist wichtig. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Löwe. Wir sind heute beim Montag, 8. November 2021 und wir schauen uns an, was wir für den Löwen am heutigen Tag haben. Sonne im Skorpion, Mond im Steinbock. Schauen wir mal, was wir für dich haben. Da ist der Herrscher. Du möchtest natürlich Macht ausüben, Verantwortung übernehmen und natürlich alle, ja, sag ich mal, bestimmen ein Stück weit. Das ist soweit nicht schlimm, wenn du freundlich, nett und lieb bist, aber wie gesagt, es wird vielleicht nicht jeder da mit Begeisterung dabei sein. Der Herrscher ist ja nicht nur negativ, dass er andere, ja, ich sag jetzt mal, bestimmt. Er ist ja der geborene Führer, sondern es geht darum, dass man eben, ja, ein Stück weit auch Feingefühl mit reinbringt. Wir haben den König der Schwerter. Das ist Klarheit und Wahrheit. Es könnte auch ein Vorgesetzter von dir sein, der klare Worte mit dir spricht oder ein Mitarbeiter, Kollege, wie auch immer, der ganz klare Ansagen macht. Und wir haben die drei der Münzen. Es geht um Teamwork oder Zusammenarbeit, dass man gemeinsam am gleichen Strang zieht. Und da ist natürlich der Austausch auch wichtig. Und wichtig ist auch, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Wir haben ja Pragmatismus durch den Mond im Steinburg. Man will die Dinge voranbringen. Wir haben die zwei der Stäbe, Feuerenergie. Du hast eine Tendenz, aber weißt noch nicht so recht, wie du das umsetzt. Frag nach. Tausch dich mit deinen Kollegen, Freunden, Familie aus. Sprich darüber auf Augenhöhe, denn auch der Herrscher und der König der Schwerter stehen auf Augenhöhe. Ich sage jetzt mal vom Rang her. Und als Team könnt ihr sehr viel bewerkstelligen. Ihr müsst euch da nur einigen. Das muss nicht alles heute passieren, aber es ist der Hinweis darauf, dass ihr euch als Team zusammenschließen sollt. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sage bis morgen. Einen schönen guten Tag, meine liebe Jungfrau. Wir sind beim Montag, 8. November 2021. Sonne in Skorpion, Mond im Steinbock. Das kommt dir sehr gelegen, denn du magst Pragmatismus, du magst Dienst nach Vorschrift und Routine. Das ist für dich Ordnung. Das ist für dich etwas, woran du dich halten kannst. Schauen wir uns an, was wir heute für die liebe Jungfrau haben. Den Stern, Wassermannenergie, Heilung, Klärung vielleicht auch, Ruhe. Wir haben den König der Stäbe, Feuerenergie, Leidenschaft, an den Dingen dranbleiben. Da fühlst du dich wohl, habe ich ja schon gesagt, dass die Dinge vorangehen. Es ist auch Kameradschaft, es ist dabei nicht aufgeben, diese Dinge. Wir haben das Ast der Kirche sich um dich kümmern. Also du sollst dich darum kümmern, dass du Freude hast bei dem, was dir, wo, was du machst und wie du das machst, dass du auf deine Gesundheit achtest, dass du darauf achtest, dass du gute Laune hast, dass dir das Freude macht. Die Heilung beinhaltet ja immer auch das Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele. Das bedeutet, dass alles möglichst im Einklang ist und da ist auch vielleicht die Kameradschaft angesprochen zu dir selbst, damit du eben körperlich heilen kannst. Wir haben den Page der Kirche, bedeutet Sympathie, dass du eben auch, wenn du, ich sag jetzt mal, in deiner Arbeit drin hängst oder so trotzdem freundlich und nett zu anderen bist, ebenso das Guten Tag und ein gutes Wort. Das reicht heute schon. Du sollst dich, glaube ich, heute ganz besonders um dich selbst kümmern und die Eigenliebe natürlich fördern, dass du eben, ja, zufrieden bist. Viel Erfolg dabei, und bis morgen. Einen schönen guten Tag, meine liebe Waage. Wir sind heute beim Montag, dem 8. November 2021. Wir haben die Sonne im Skorpion, den Mond im Steinbock. Es geht so routinemäßig voran. Schauen wir uns an in der allgemeinen Tageslegung, was wir für dich haben. Wir haben den Bote des Feuers. Bote des Feuers ist Ritter der Stäbe. Du möchtest was riskieren. Du möchtest so ein bisschen Pepp da reinbringen oder ein bisschen mit Freude vorangehen. Da ist deine Karte. Fairness, Miteinander, vielleicht auch Geselligkeit. Sieben der Erde. Heute ist es wichtig, sich auch um die Details zu kümmern. Sich um Nebenkriegsschauplätze, um das Kleingedruckte, sage ich immer, zu kümmern, daran, da zu schauen. Also Ausgleich zwischen wir sind gesellig, wir machen ein bisschen Spaß oder wir sorgen dafür, dass ein bisschen aufgelockert wird und der Routine und dem, was eben getan werden muss. Da musst du deinen Mittelweg oder solltest du deinen Mittelweg finden. Wir haben die Königin der Stäbe. Feuerenergie, dass es Kameradschaft, dass es also auch anderen helfen, dass es dranbleiben, sich kümmern, dass das alles fair auch läuft, dass man eben auch anderen zur Hand geht oder sich auch um Hilfe bemüht, wenn man die braucht. Also Details zwischen den Zeilen lesen gehört auch dazu. Ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal so, derjenige, diejenige zu sein. Die Person, die das alles so ein bisschen auflockert, aber trotzdem die Arbeit oder das, was gerade zu tun ist, auch erledigt wird. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sage bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Skorpion. Wir sind heute beim Montag, dem 8. November 2021 und wir wollen uns anschauen, was wir für dich als Skorpion haben. Die Sonne ist im eigenen Sternzeichen, im Mond, der ist im Steinbock, das macht so ein bisschen Routine, so ein bisschen Pragmatismus, langsam alles. Was haben wir für dich? 8. Der Münzen, du hast einiges zu tun, das hat mit Job zu tun. Teamplay, das ist schön, die Menschen sind an deiner Seite, arbeiten mit dir zusammen. Wir haben den Stern, es geht um Heilung, Wassermannenergie. Es bedeutet eben auch, dass man möglicherweise auch miteinander besser klarkommt, wenn man eben schön langsam macht, sich abstimmt und so weiter. Das scheint besser zu funktionieren. Wir haben den Hierophanten. Es geht um wichtige Verbindungen, sei es der Job, sei es die Partnerschaft, sei es die Freundschaft, die Familie, was auch immer. Es geht darum, alle zusammenzubringen, da wirklich auch Dinge besser zu machen oder vielleicht auch daran zu arbeiten, sie zu verbessern, dass wirklich alle informiert sind, dass sich alle abstimmen. Und ich denke, mit dem Hierophanten schaffst du da eine großartige Basis, entweder für die Zusammenarbeit oder eben Partnerschaft oder Familie, indem du Dinge heilst. Und heilen heißt ja, den Dingen auf den Grund gehen, sie besprechen und neue Ansätze finden. Das hört sich großartig an. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sage bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Schütze. Wir sind heute beim Montag, dem 8. November 2021. Sonne im Skorpion, Mond im Steinbock. Bedeutet Pragmatismus, manchmal auch tiefgründiges oder tiefergehendes Wissen. Wir schauen uns an, was wir für den Schützen am heutigen Montag haben. Wir haben die 10 der Erde. Stabilität und Sicherheit, finanziell aber auch in Beziehungen. Wir haben das Ast der Kelche, Eigenliebe, sich kümmern um sich selbst, seine Eigenliebe stärken. Da ein bisschen mehr dran arbeiten. Wir haben die 7 der Luft. Das Unbekannte, das, was du nicht weißt oder was vielleicht in anderen Bereichen stattfindet. Da ist es so, dass entweder dir Dinge nicht bekannt sind oder eben auch es mit der Diebstahlkarte Gerede gibt oder hinter deinem Rücken finden Dinge statt. Die kannst du einfach nicht wissen. Wir haben den Ritter der Stäbe. Du möchtest was riskieren. Wenn du das Know-how nicht hast, solltest du vorsichtig sein. Wenn du da keine mehr gründige Information hast, keine Hintergründe kennst und nicht genau weißt, ist es gut spielerisch daran zu gehen, aber nicht zu viel zu riskieren. Der Ritter der Stäbe, der riskiert gerne mal was und er kann damit natürlich auch auf die Nase fallen. Also kümmere dich darum, dass du deine Stabilität und Sicherheit nicht verlierst und dich nicht von Dingen von außen oder von den Dingen, die du noch nicht weißt, irritieren lässt. Bleibe dir selber treu. Es ist deine Energie. Schüre deine Eigenliebe. Sei lieb zu dir selbst. Nehme deine Fehler, deine nicht so guten Seiten auch genauso in Liebe an, wie du die guten Seiten und deine Stärken annimmst. Und lass dich nicht verunsichern durch Dinge, die im Außen passieren oder die eben, wie gesagt, nicht bekannt sind. Lass dich aber auch natürlich nicht durch irgendeine Äußerung irgendwie in Gerede über andere Personen reinziehen, denn das könnte die Sieben der Schwerter auch bedeuten. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Steinbock. Wir sind heute beim Montag, 8. November 2021. Die Sonne im Skorpion, der Mond im Steinbock, das kommt dir zu Pass, weil Energie des Steinbocks ist ja, sich um die Routine kümmern, sich in dem Gewohnten wohlzufühlen. Was haben wir heute für den Steinbock? Wir haben die Liebe, schön. Liebevolle Energie und Liebe ist nicht nur gemeint jetzt in Liebesbeziehungen, sondern auch zu einem Haustier, zum Partner natürlich, aber auch, oder Partnerin, zu dem, was du gerne tust, zu dir selbst, zu dem, was dir Freude macht. Wir haben die Sieben der Erde, da gibt es viel zu entdecken. Sieben der Münzen bedeutet, sieh dich genau um, schaue auch auf die Kleinigkeiten. Der Gehängte besagt, verschaffe dir einen Überblick. Ich glaube, das bedeutet einfach, du bist aufgefordert, dich umzuschauen, was du liebst, was dir Freude macht, was dir wichtig ist. Ja, und da solltest du auch die Kleinigkeiten bedenken, wenn ich die Sieben der Münzen sehe. Was haben wir noch? Wir haben die Sieben der Stäbe für sich selbst einstehen. Diese Dinge vielleicht benennen, diese Dinge auch aus der Sicht der anderen sehen, also vielleicht auch, was andere gerne mögen, sich vielleicht auch mit Gleichgesinnten zusammentun, sowas in der Art. Für sich und seine Belange einzustehen ist sehr gut, seinen Standpunkt zu vertreten ist sehr gut, aber eben auch liebevoll sein und die Kleinigkeiten, das drumherum eben mit zu betrachten und eben auch zu schauen, wo stehe ich eigentlich selbst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sage bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Wassermann. Wir sind heute beim Montag, 8. November 2021. Wir wollen uns anschauen, natürlich, was wir für dich als Wassermann heute haben. Allgemeine Tageslegung. Sonne ist im Skorpion und Mond im Steinbock. Sieht so aus, als ob alles so ein bisschen routinemäßig vorangeht. Was haben wir? König des Wassers, König der Kirche, das ist die skorpionische Energie. Bedeutet, mit Charme erreicht man mehr. Meistens ist es so, dass jemand halt etwas tut, weil er eine Agenda hat, also Dinge, die er vorhat. Das kannst du sein oder dein Gegenüber. Wir haben die zwei der Kirche sich auf Augenhöhe begegnen. Das ist sehr schön. Das bedeutet, man hat Respekt voreinander, man hört sich zu. Das gilt natürlich nicht nur für Liebesbeziehungen, sondern auch im Job oder in der Freundschaft oder in der Familie. Man lässt den anderen die andere ausreden und man hört aufmerksam zu und ja, man gibt halt Zeit für diese Person, weil das wichtig ist. Umgekehrt natürlich genauso. Wir haben die Neuen der Kirche. Das ist genau das, was du brauchst. Das ist genau das, was du möchtest. Liebevolle Energie, das ist deine Wunscherfüllung, sich wirklich mal auf Augenhöhe zu begegnen, sich näher zu kommen. Vielleicht sind da auch ganz große Gefühle im Spiel durchaus möglich. Wie gesagt, es geht nicht nur um Liebesbeziehung, es kann auch im Job sein. Vielleicht geht es darum, einfach mal zu äußern, wie sehr du deinen Job magst und wie gerne du vielleicht auch weiter was machen würdest und jemand bietet dir etwas an. Wäre auch eine Möglichkeit. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir haben die Fünf des Feuers. Fünf der Stäbe, da ist entweder Misstrauen drin, innere Unsicherheit. Fünf der Stäbe ist immer so der innere Konflikt. Das ist kein Streitgespräch oder so wie die Fünf der Schwerter. Es ist mehr so Wettbewerb. Vielleicht geht es darum, dass du dein Gegenüber entweder als Wettbewerber oder Mitbewerber siehst oder dass es auch ein Stück weit, weil wir haben ja die skorpionische Energie, um Macht und Ohnmacht geht. Dass du Angst hast, wenn du zum Beispiel Gefühle zeigst oder dich so ein bisschen dazu äußerst, dass man das ausnutzen könnte. Wäre auch ein Beispiel. Dass du das als Schwäche auslegst. Das solltest du nicht tun. Du solltest dir vorher darüber klar werden, wie wichtig dir die Sache oder die Person auf jeden Fall ist und dann solltest du auf jeden Fall auch dieses Ziel verfolgen, wenn es dir am Herzen liegt. Es ist keine Schande und es ist keine Schwäche, Gefühl zu zeigen. Auch liebevolle Gesten, Kleinigkeiten können dazu beitragen, dass du deine Wünsche und Ziele erreichst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, meine liebe Fische. Wir sind heute beim Montag, 8. November 2021 und wir schauen uns an, was wir für die Fische am heutigen Montag so haben. Mit der Sonne im Skorpion und dem Mond im Steinbock geht es natürlich auch um Routine, das Alltägliche. Sieben der Luft, das Unbekannte. Vielleicht auch, naja, nicht so schöne Gesten oder Gerede. Wir haben die drei der Kirche, Geselligkeit. Also ich glaube, in Gesellschaft kann es so zugehen, dass der eine vielleicht mit dem anderen nicht klarkommt. Das muss nicht dich betreffen, aber du kriegst das mit. Wir haben den Gehenken. Du sollst der oder die Beobachter sein. Du sollst dich da nicht einmischen. Du sollst einfach dich nicht da reinziehen lassen, denke ich mal. Lieber als außenstehender Beobachter, dann involvierst du dich nicht und bist auch nicht gefühlsmäßig betroffen. Natürlich, wenn es zum Beispiel im Kollegenkreis um Klatsch und Tratsch geht, ist das ein ganz expliziter Hinweis darauf, sich nach Möglichkeit daran bloß nicht zu beteiligen. Wir haben das Ast der Schwerter, ein leidenschaftlicher Neubeginn. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auf der einen Seite darum geht, vielleicht, dass die Möglichkeit besteht, dass du mit Feuereifer dich da rein begibst. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass das auch mit der Feuerenergie ganz schön haarig zugeht. Wir haben die Sonne im Skorpion und da kann es um Macht und Ohnmacht gehen. Da kann es um Ungerechtigkeit gehen oder Rachsucht. Vorsichtig mit diesen Energien. Am besten, wie gesagt, ich finde den Gehenken hier sehr passend, dich nicht dazu involvieren und auch nicht irgendwas zu glauben, was dir heute irgendwie zugetragen wird oder so. Auch wenn dich das vielleicht mit dem Ast der Stäbe wütend macht oder dir eine Hoffnung gibt, die sich nachher möglicherweise in eine Luftblase verwandelt, sei allem gegenüber, was du nicht hundertprozentig weißt, ein bisschen kritisch gegenüber. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen.